Ja, Herr Essel, meine erste Frage ist natürlich, Sie kommen hier direkt von der Preview auf der Art Basel zu uns. Wie war es denn auf der Messe für Sie? Ja, aufregend wie immer. In der Früh um 9 Uhr ist ja dieser VIP-Empfang noch bevor der Preview. Alle drängen sich sozusagen zum Eingang und die ganz Eifrigen stürmen dann gleich zu den Top-Top-Top-Werken, wo es dann gleich eine Schlange von Interessenten gibt für ein und dasselbe Werk. Ich habe mich mit meiner Frau ein bisschen zurückgehalten. Wir haben gezielt natürlich die Ausstellung besucht, weil wir gewisse Vorstellungen haben von Galerien und Künstlern und haben heute sozusagen mehr oder weniger den ganzen Tag über die verschiedenen Galerien besucht. Das heißt, Sie haben sich im Vorhinein einen ganz spezifischen Plan schon zurechtgelegt, wie Sie durch die Messe gehen? Ja, nämlich deswegen, weil es so ein riesiges Angebot von 300 Galeristen gibt. Und für mich ist wichtig, dass wir so die Highlights herauspicken, eben jene Künstler und Galerien, die für mich hier im Fokus stehen. Und dann natürlich einen gesamten Überblick über die Show zu bekommen, über das unmittelbare Interesse hinaus, natürlich zu sehen, was Alex sich am Kunstmarkt eben abspielt. Und davon erfahren, welche Galerien Ihr besonderes Interesse erweckt haben? Naja, das sind im Wesentlichen deutsche, schweizer und amerikanische Galerien. Das sind aber so circa schon die Hälfte aller Galerien. Ja, es sind die großen Namen natürlich Lisson und White Cube und Gagosien, CFA in Berlin, dann sprüht Markers und viele andere. Und wie darf man sich das jetzt konkret vorstellen an diesem Eröffnungstag? Sie haben es schon angesprochen, da ist ein riesiges Gedränge. Wie viel Interaktion findet da statt zwischen Sammler und Galerist? Naja, natürlich, die Galeristen warten auf die Sammler. Die Sammler kommen aus der ganzen Welt. Man muss ja sagen, dass die Art Basel ja die wichtigste Kunstmesse der Welt überhaupt ist. Für mich sind eigentlich zwei Messen ein Muss. Jedes Jahr, das ist die Art Basel und die Fries in London. Wenn man die gesehen hat, braucht man die übrigen, ja, würde ich einmal sagen, Messen nicht unbedingt besuchen, weil hier ist alles vorhanden, was gut und teuer ist. Aber auch neue, aufstreibende, strebende Künstler hier zu sehen. Die Galeristen bemühen sich natürlich für so eine Messe, wie es die Art Basel ist, das Beste von Besten aus ihrem Bestand hier zu präsentieren. Und das ist schon wirklich das Who is Who der Kunst, dass die Top-Werke, die hier zu sehen sind, und das ist ein Parcours sozusagen durch das Kunstgeschehen unserer Zeit. Aber sind dann diese Werke, bedürfen die dann noch irgendwie Erläuterung von den Galeristen, oder ist das so oder so klar, dass das begehrliche Werke sind, und dass es dann eigentlich letztlich nur noch um die Frage gekriegt, wer den Zuschlag bekommt? Naja, so ist es ja auch nicht, dass jedes Werk natürlich zehn Interessenten hat. Es gibt ja tausende Werke hier zu sehen. Das sind natürlich so die Highlights. Natürlich erkundigt man sich bei den Galeristen immer wieder um neue Positionen, die man nicht so kennt. Die bestehen Künstler. Da freut man sich, wenn man wieder ein besonders schönes und interessantes Werk sieht, das dann auch möglicherweise die Sammlung dann auch ergänzen kann. Also es finden durchaus schon Verkaufsgespräche statt, wo Galeristen versuchen, Sie zu überzeugen von den Meriten dieser Kunstwerke. Naja, jeder Galerist versucht natürlich hier sein Geschäft zu machen. Es gibt ja diesen Mythos der Art Basel, vor allem genährt, glaube ich, durch den Höheflug des Kunstmarkts, sagen wir mal vor zwei, drei Jahren, wo sich wirklich Sammler eigentlich um Werke irgendwie gestritten haben, und wo sozusagen der Hard Sell dann abgelöst worden ist von dem Hard Buy, wo sozusagen die Schwierigkeit nicht mehr darin bestanden hat, ein Kunstwerk zu verkaufen, sondern es zu verkaufen. Also das ist wohl mehr Legende, Ihren Schilderungen zufolge. Also ich glaube, die Krise ist überstanden. Es war eine Blase, die natürlich hier geplatzt ist und wieder auf ein normales Maß zurückgeführt worden ist. Aber der Kunstmarkt hat sich erstaunlich rasch erholt. Anders als der Aktienmarkt, der heute noch weit unter den Werten von, würde ich sagen, 2007, 2008 zu liegen gekommen ist. Die Menschen versuchen immer mehr und mehr halt auch Investitionen in Dingen zu tun, die halt Bestand haben. Und Kunst ist etwas, was Bestand hat. Vielleicht nicht so die ganz großen Steigerungsraten aufzuweisen hat, sondern eine langfristige Absicherung auch des Geldes, das man investiert hat. Und so gesehen ist Kunst natürlich auch ein gutes Investment. Auf der allerhöchsten Ebene natürlich, weil ich glaube, viele arbeiten von, sagen wir, in den mittleren oder unteren Preissegmenten. Es ist eine Frage, wenn man die kauft, um die jemals wieder verkaufen kann. Ich meine, Sie haben selber mal in einem Interview gesagt, das sind ja auch rein theoretische Werte eigentlich. Ja, für uns sind es absolut theoretische Werte, weil unsere Sammlungsbestände ja nicht verkauft werden. Wir haben ja eine Stiftung gegründet, die ja dann langfristig über Generationen hinweg auch die Bestände der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Man freut sich natürlich, wenn man ein gutes Auge gehabt hat und rechtzeitig Künstler natürlich entdeckt hat, die heute enorme Werte repräsentieren, die man heute ja schon gar nicht mehr bereit ist zu bezahlen. Apropos Zahlungsbereitschaft, gibt es eigentlich, kann man sagen, dass Sie in einem gewissen Preissegment kaufen oder gibt es für Sie eine Grenze nach oben oder ist das wirklich vom Kontext immer abhängig? Naja, ich meine, wenn ein Künstler wie der Gerhard Richter zum Beispiel oder Francis Bacon einmal Werte erreicht hat, die in die Million gehen, das ist dann für uns kein Thema mehr. Entweder man fängt rechtzeitig an, dass man sich dann freut über die Steigerung oder man hat eben die Mittel nicht mehr und man hat ja auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung, das ist ja klar. Und da ist man ja auch sich und bei uns, der Familie und der Stiftung natürlich gegenüber dann verantwortlich, was und wie man kauft. Ist in diesem Zusammenhang auf der Art Basel, sind Sie heute wirklich auch, ging es da heute wirklich auch um konkrete Zahlen oder so oder können Sie das eigentlich mittlerweile eh schon einschätzen, ob etwas in Reichweite liegt oder nicht oder haben Sie auch wirklich nach Preisen heute gefragt oder wie spielt sich dieses Kommunizieren eines Preises und dieses Übereinkommen eines Preises auf der Messe, wie spielt sich das ab? Naja, man fährt einmal zur Messe ohne konkrete Vorstellungen oder man bekommt von den Galeristen schon im Vorfeld eine Liste von Künstlern und Werken, die hier präsentiert werden und viele spielt sich ja schon vor der Messe ab. Sind Sie da wirklich so bearbeitet worden vor der Messe? Naja, das möchte ich auch haben, nicht, weil die wichtigen Galerien und die wichtigen Künstler, die will man vielleicht schon möglicherweise im Vorfeld wissen, um dann schon sich darauf einstellen zu können. Man will natürlich das Kunstwerk dann persönlich auch noch sehen. Möglicherweise macht man auch schon Vorreservierungen und natürlich spricht man dann darüber über den Preis und wir als Museum und als bedeutende Sammlung versuchen halt auch einen angemessenen Preis zu bekommen. Das ist ja klar, aber ich meine, wichtig ist das Werk und die Qualität des Werkes. Und das fand ich auch immer interessant, weil das Museum, also ich habe mich viel damit beschäftigt in den letzten Wochen, ich meine, es ist einerseits wirklich ein Vorzeigeprojekt, also Sie machen sehr viel Vermittlungsarbeit, es ist wie gesagt eine langfristige Zukunft als öffentliches Museum, zugleich ist so ein Museum aber auch irgendwie eine Legitimation Ihrer Sammler-Tätigkeit. Ich meine, sehen Sie das eigentlich auch so, dass es diesen Zusammenhang gibt, dass Sie gegenüber einer Galerie ganz anders auftreten können als ein reiner Privatsammler sozusagen? Naja, die Sammlung hat sich halt so irgendwie ergeben, man konnte nicht als Sammler auf die Welt. Ist ja eben auch eine Frage des Geldes. Ich habe 1975 das Unternehmen von meinem Schwiegervater übernommen und Baumarkts aufgebaut und im Zuge der Entwicklung auch des Unternehmens habe ich dann mehr auch Mittel zur Verfügung gehabt, um eben in Kunst zu investieren und da hat man halt auch bestimmte Vorstellungen, wie Dinge laufen sollen. Die Sammlung ist dann so gewachsen, dass man zum Schluss dann auch einmal sich die Frage stellen musste, was die Sammlung soll, welchen Zweck sie erfüllen soll. Das ist ja weit über das private Hobby und Passion hinausgegangen. Und wenn man so einen großen Schatz an Kunstwerken besitzen darf, möchte ich sagen, dann hat man auch eine große Verantwortung übernommen, weil Kunst ist ja anders zu sehen oder das Eigentum an Kunst anders zu sehen als an einem profanen Gegenstand. Kunst ist für die Ewigkeit geschaffen worden, möchte ich einmal sagen. Und Kunst hat etwas auch mit der Kultur, mit dem Selbstverständnis eines Landes zu tun. Und aus diesem Grunde tragen wir natürlich im vollen Bewusstsein eine riesige Verantwortung für den großen Kunstschatz, den wir hier pflegen, bewahren, aber auch ausstellen und wissenschaftlich bearbeiten dürfen. Und unsere Aufgabe ist es halt, unsere Intention, eben diese Kunst möglichst vielen Menschen dann auch zugänglich zu machen. Ja, eine Frage wollte ich auch fragen. Also wir haben jetzt über die Galerien gesprochen. Sie kaufen ja auch bei Auktionen. Ist das richtig? Ja, natürlich. Auktionen, Galerien, je nachdem, wo die Kunstwerke halt angeboten werden, die man gerne in der Sammlung haben möchte. Und wie, ich meine, mich berührt das, dass Sie eigentlich wirklich auch über dieses Dürfen und auch über eine Kunst, die wirklich für die Ewigkeit bestimmt ist und auch dieses Verantwortungsgefühl, das Sie so offensichtlich da empfinden. Jetzt ist es aber so, dass halt in, also ich würde sagen, Sie haben es sicher hautnah miterlebt, halt in den 80er Jahren halt dieser rasante Aufstieg und vielleicht kann man auch sagen Kapitalisierung des Kunstmarktes. Es ist mal über Jeff Koons gesagt worden, so der Preis adelt erst sein Werk. Also das Werk ist sozusagen erst mit dem Preis wirklich vollendet. Trifft Sie das jetzt letztlich irgendwie auch mit Ihren Herren Absichten, dass Sie sich dann eigentlich auch in ein, so in dieses Marktgefecht letztlich rein stürzen müssen mit all den Begleiterscheinungen, eben auch zum Beispiel, dass Auktionen ja mittlerweile wie so eine Eigendynamik auch entwickelt haben? Ja, der Kunstmarkt, möchte ich einmal sagen, ist mir egal. Mir geht es um das Entdecken von Kunst, nicht nur die etablierte Kunst, weil wir ja auch in unserem Museum eine Linie haben, das sind die Emerging Artists, wo wir ganz junge Kunst zeigen, die noch nicht in Galerien vertreten ist. Wir vergeben ja auch jedes zweite Jahr einen Kunstpreis für Zentral- und Südosteuropa, also überall dort, wo Baumarkts, eben mein Unternehmen, auch tätig ist, um eben junge Künstler zu fördern. Für mich ist es einfach auch ganz wichtig zu sehen, was kommt hinten nach. Die großen bedeutenden Künstler kennt man, die werden überall ausgestellt oder sind publiziert, aber mir ist es wichtig, junge Kunst zu fördern, ihnen die Chance und Möglichkeit zu geben, international auch wahrgenommen zu werden. Ich muss jetzt nochmal nachhaken, weil zu sagen, der Kunstmarkt ist ihnen egal. Ich meine, das kann ihnen schon deswegen nicht egal sein, weil sie ja jetzt hier in Basel auf der Messe sind. Also es scheint mir schon ein bisschen vielleicht naiv zu sagen, quasi dass hier ist der Kunstmarkt und da ist das Museum und es hat nichts miteinander zu tun. Ich meine, sehr, sehr viele, alle Künstler heute müssen sich in irgendeiner Weise zum Kunstmarkt positionieren, haben entweder das Ziel, auf diesem Kunstmarkt zu landen oder grenzen sich davon ab, müssen sich auch in diesen Betrieb rein stürzen, müssen auch damit lernen umzugehen. Das kann doch nicht spurlos an der Kunst vorüber gehen. Nein, nein, das ist schon richtig. Ich meine, das ist für die Galerien, das ist für die Künstler absolut richtig. Aber für mich als Museumsmann und als Sammler ist der Kunstmarkt natürlich vorhanden und wir bewegen uns innerhalb des Kunstmarktes. Aber wie sich der Kunstmarkt bewegt, einmal rauf, runter, das ist immer die Frage auch des Geldes, des Preises, das man zu bezahlen hat. Letzten Endes geht es mir aber auch um eine langfristige Positionierung. Zu sehen, welche Kunst ich meine, ist für mich und für unsere Sammlung jetzt von Bedeutung. Welche Kunst, die ich meine, wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vielleicht an Bedeutung gewinnen. Und für mich geht es einfach um eine Zusammenschau der Kunst. Eine Kunstentwicklung, die sich in verschiedenen Medien heute abspielt. Es ist lange nicht mehr nur die Malerei, es ist halt Video, Fotografie, Installation und die neuen Medien und was immer alles passiert. Und vor allem auch die grenzüberschneidenden Bereiche wie Musik, Performance, bildende Kunst. Das wäre eher auch eine Frage, die ich hätte. Und zwar, wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Fokus der Sammlung Essler aus? Weil begonnen hat es ja mit österreichischer Kunst und in Ihren Interviews betonen Sie auch immer wieder, sozusagen neue Ankäufe müssen in den Kontext der Sammlung passen. Jetzt frage ich mich aber, eben auch gerade in diesem Katalog Passion for Art, es ist mittlerweile schon, liest sich Ihre Sammlung gewissermaßen wie ein Who is Who des internationalen Kunstbetriebs. Also wie waren Sie bei so einem umfangreichen Sammlung eigentlich einen Fokus oder ein Gefühl für eine Richtung? Also wie gestalten Sie das? Sie haben richtig das erwähnt. Die österreichische Kunst wird auch nach wie vor einen Schwerpunkt unserer Sammlung bilden. Das war, Entschuldigung, das war der Beginn natürlich unserer Sammlung. Es ist auch die wichtigste Sammlung österreichischer Kunst nach 1945 mit allen wichtigen Entwicklungen, Positionen, Künstlern und Kunstwerken, die vertreten sind. Wir haben dann so Ende der 80er Jahre, als der Kommunismus zusammengebrochen ist und wir mit Baumarkts auch in die osteuropäischen Länder expandiert haben und Wien wieder die Position, sagen wir mal, des Habsburger Reiches offenbar wieder eingenommen hat, war es für mich wichtig, unsere Sammlung in einen internationalen Kontext zu stellen. Kunst endet ja nicht an den Staatsgrenzen. Durch die Vernetzung der Medien ist ja Kunst heute sowieso international. Es ist halt die Frage, wo ein Künstler heute geboren ist. Aber das rechtfertigt dann praktisch jeden Ankauf, weil der internationale Kontext ist ja heute, ich meine, da ist Asien genauso dabei wie Afrika, wie Amerika. Also wie zieht man da eigentlich eine Grenze oder wie trifft man eine Auswahl? Mir ist das wirklich aufgefallen, dass es zum Beispiel die Chapman Brothers sind bei Ihnen dabei, Anish Kapur ist dabei, Huawei ist dabei und so. Also es geht wirklich in alle Richtungen. Wie kann man sich das vorstellen, dass da noch eine Auswahl getroffen wird? Naja, ich sage ja, es geht mir um wichtige Positionen, die ich glaube, die wichtig sind in der Kunstszene, in der wir jetzt leben. Es ist ja unsere Sammlung der Gegenwartskunst verschrieben und da gibt es verschiedene Positionen. In der ersten Phase war es einmal interessant zu sehen, wo hat es Entwicklungen gegeben, international, die mit österreichischen Kunstproduktionen irgendwo im Einklang gestanden sind. Zum Beispiel die Cobra-Gruppe, das waren auch die ersten Arbeiten, die wir dann angeschafft haben. Asker Johan, Karel Apel oder Alezhinsky. Da waren auch Künstler wie Ringl oder Bonkrat sehr stark auch beeinflusst davon. Oder dann andere Positionen, die dann in die Performance gegangen sind. Nietzsche war ja schon in den 60er Jahren in Amerika. Die ganze Happening-Bewegung bis hin zu den Pop-Art-Künstlern ist ja eben aus dieser Position heraus entstanden. Und da war es für mich schon wichtig, dann zu sehen, wie dann diese Entwicklungen sozusagen stattgefunden haben, in welchen Kontexten. Es hat sich ja vieles ja auch gleichzeitig entwickelt. Es ist ja nicht so, wie in frühen Jahrhunderten Kunstrichtungen eine nach der anderen entstanden. Da stellt sich ja auch die Frage, wie bildet man eigentlich heute Kunst überhaupt noch ab? Nicht nur das Museum, auch ein Museum, wie Sie es führen. Ich meine, es ist im Prinzip eine privatisierte Form der großen staatlichen Museen, die eine Tradition haben, die, sagen wir, ins 19. und ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Aber ist angesichts dessen, was man zum Beispiel hier in Basel dieser Tage lernen oder erleben kann, oder wie sich generell die Kunstwelt, wie sich da so ganz unterschiedliche Ebenen von Politik, von Wirtschaft, von Kreativität natürlich auch verschränken, kann man mit diesem klassischen Format eines Museums überhaupt noch diesem Konvolut gerecht werden? Ja, es gibt ja heute ja überhaupt keine Maßstäbe mehr, nach denen man sammeln soll oder Ausstellungen kuratieren. Es ist heute alles so divers geworden, alles greift ineinander. Es ist schwer, einen Überblick zu bekommen. Und deswegen ist es für mich als Sammler wichtig, meine eigene Position hier herauszuarbeiten, herauszuarbeiten, die sich unterscheidet vielleicht von staatlichen Museumskollektionen, die ja immer wieder durch Gremien passieren, wo eben Gruppen von Menschen miteinander diskutieren und dann halt irgendwo zu einer Kompromissentscheidung kommen. Das heißt, letztlich stehen Sie mit Ihrer Person für die Integrität der Sammlung ein, kann man das so sagen eigentlich, oder mit Ihrer Handschrift? Ja, das machen meine Frau und ich. Und das kann man kritisieren, nicht? Da kann man sagen, okay, das ist schlecht oder das ist gut. The future will it prove, heißt es so schön. Und man sieht ja auch heute Künstler, die ich ja, was ich vor 20, 30 Jahren angekauft habe, wo kein Mensch damals noch irgendwo gedacht hat, dass die sich so entwickeln, sind heute die großen Namen, international zum Beispiel. Einen, vielleicht kommen wir schon zum Ende unserer Zeit. Ich wollte noch fragen, noch ein anderes Themenbereich berühren. Sie haben immer wieder gesprochen, ein Grund für Ihre Sammlung, verzeihen wir haben da kurz das Kabel auf dem Fuß, nicht, dass Sie mich da abschneiden. Sie haben immer wieder gesprochen über den Zusammenhang von künstlerischer Kreativität und unternehmerischer Kreativität, dass Sie das eigentlich als so befruchtend empfinden, eben Bilder anzusehen und auch, dass Sie das für Ihre Mitarbeiter bereitstellen und dass das dann eben auch wirklich wiederum für das Unternehmen an Baumarkt einen Mehrwert schafft. Das frage ich mich dann doch immer wieder, ist das wirklich die gleiche Form von Kreativität, die man braucht, um ein Unternehmen so erfolgreich zu führen, wie sie es getan haben und die man braucht, um letztlich eine relativ ergebnisoffene oder nicht am Ergebnis orientierte künstlerische Arbeit eigentlich oder ein künstlerisches Projekt über Jahre hinweg zu verfolgen. Ich glaube, dass es sehr gute Parallelitäten gibt zwischen Kunst und Wirtschaft. Auch wir müssen heute kreativ sein. Wir können heute nicht mehr so arbeiten wie vor fünf oder vor zehn Jahren. Baumarkt ist, solange ich das jetzt führe, zum dritten Mal jetzt neu erfunden worden. Das heißt, wir müssen uns ständig nicht nur auf neue Gegebenheiten, auf Marktentwicklungen, Kundenwünsche, Konkurrenzdruck von allen Seiten, globalisierten Bestrebungen natürlich hier anpassen. Und das heißt, wir sind jeden Tag gefordert, sozusagen das Rad aufs Neue zu erfinden. Bei den Künstlern ist es genauso. Der kann auch nicht jedes Bild drei-, viermal machen. Er muss genauso versuchen, bei jedem Kunstwerk, das er produziert, sozusagen einen neuen Input, einen neuen Spirit, einen neuen Geist hineinzubekommen. Nur dann hat es auch Bestand. Wenn er sich wiederholt und immer wieder wiederholt, dann ist das eben ein Abklatsch von dem, was man schon kennt. Und man erwartet auch von Künstlern, dass es immer wieder neue kreative Ansätze gibt. Das ist vielleicht auch eine Erwartung, die vielleicht heute auch aus der Wirtschaft an die Künstler herangetragen wird. Oder dass man manchmal das Gefühl hat, dass die Wirtschaft eigentlich fast schon kreativer und eben im Sinne von einer Creative Destruction der Kunstwelt quasi ein bisschen auch das Tempo vorgibt. Also läuft diese Beeinflussung auch in die andere Richtung, eigentlich von Wirtschaft auf Kunst? Es könnte ja auch eigentlich im Prinzip, warum sollte ein Künstler nicht auch wir viele Jahre hinweg das Gleiche machen oder ein beschaulicheres Leben oder eine beschaulichere Form von Kreativität, die vielleicht auch nicht so an Neuigkeit orientiert ist, praktizieren? Ja, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Balthus zum Beispiel war der Künstler der Langsamkeit, nicht? Der hat für ein Bild, ja, der hat zwei Bilder im Jahr gemalt, ja, und der hat mit großer Beschaulichkeit die androgynen jungen Wesen, nicht wahr, gemalt und hat sich wirklich Zeit gelassen und Beschaulichkeit, ja. Das ist eine wunderbare Sache, die aber vielleicht eine Einzelposition noch im, sagen wir mal, 20. Jahrhundert war, in der Zeit, in der raschlebigen Zeit, in der wir leben, nicht wahr, über Fernseher, Satelliten, Handy und weiß ich, mit den modernen Kommunikationsmitteln, wir werden ja überhäuft. Die Filme sind ja heute nur mehr Schnitte, ja. Es ist ja überhaupt keine Chance mehr gegeben für Menschen, sich einer längeren Phase hinzugeben und über etwas nachzudenken. Ich komme gerade aus Amerika, nicht wahr, wenn Sie hier in einer Bar sind, haben Sie vier Fernseherlaufen, nicht wahr, alles über Football oder weiß ich was, ja. Selbst in einer Sauna, in einem Ruheraum zum Beispiel, wo ich mich irgendwie einmal ausruhen wollte, nicht wahr, läuft der Fernseher. Ich schalte den Fernseher ab, schlummere ein und plötzlich geht es wieder los, Jim bumm tauch, ja. Und dann sitzt neben mir ein Amerikaner und sagt, na hören Sie, das ist doch ein Ruheraum, nicht wahr, der war total platt, was ich mir da überhaupt vorstelle. Dann schaltet der aus, nicht wahr, aber die Flimmerkiste ist gelaufen. Die Menschen haben heute keine Zeit mehr zur Ruhe zu kommen. Und das ist eben das Problem unserer Zeit, ja. Problem auch der Wirtschaft sicherlich, nicht wahr? Alles natürlich, ich meine, wir müssen uns so kurzfristig auf Gegebenheiten einstellen, das ist enorm, nicht? Und der Künstler genauso, nicht? Wenn er nicht ständig immer wieder vorne mit dabei ist, ist er weg vom Fenster, das geht ganz rasch. Ja, aber vielleicht gibt es in Zukunft da ja anstatt Creative Destruction wieder mal so Creative Reduction oder so eine Art von Beruhigung. Eine letzte Frage wollte ich eigentlich noch, die mich auch noch interessiert hätte. Also wir haben halt jetzt viel über Markt gesprochen, das bietet sich halt auch an, anlässlich der Art Basel. Aber gibt es eigentlich in Ihrer Sammlung auch so etwas wie eine Ökonomie des Tausches oder des Geschenks? Also kommt es vor, dass einfach auch Geschenke in Ihre Sammlung eingehen oder Sachen eintauschen? Oder dass eigentlich überhaupt Dinge völlig außerhalb dieses ökonomischen Zusammenhangs irgendwie passieren? Also verkaufen tun wir in der Regel nicht. Vielleicht wird das einmal vorkommen, wenn man Dubletten hat, dass man mal ein wichtiges Werk dann einmal dadurch erwerben kann, was man sonst nicht kaufen würde. Wir kriegen natürlich von Künstlern ab und zu, wenn wir auch eine Ausstellung machen, natürlich auch einmal ein Geschenk, das in die Stiftung dann eingeht, in den Museumsbestand. Und dann gibt es natürlich Druckgrafiken, die wir haben, die wir jedes Jahr auch einmal verlegen, die wir dann auch verkaufen an unsere Besucher. Aber das ist es schon auch. Gut, ja dann, ich habe mich nicht vorangetragen, aber haben Sie jetzt eigentlich auf der Art Basel was gekauft? Ich bin noch dran, würde ich sagen. Das heißt, wir hindern Sie jetzt ein bisschen auch dran, dass Sie wieder Ihrem Jagdinstinkt folgen, sozusagen. Also sobald wir hier mit unserem Gespräch fertig sind, werde ich noch heute mindestens bis um, würde ich sagen, 19.30 Uhr jetzt noch auf der Messe mich aufhalten. Gut, na für den Fall, dass Sie doch nichts bekommen auf der Messe, habe ich Ihnen hier noch was mitgebracht. Ein Kunstwerk, das können Sie sozusagen als Andenken aus Basel mitnehmen. Das ist auch schon transportfähig verpackt, also wir denken auch an die Logistik. Ich habe sogar, ich muss mal schauen, ob ich die noch da habe. Na, ich hätte vielleicht auch noch Nägel gehabt für die, das sind die Wandhänger. Aber ich glaube, Sie sind ja eh, ich glaube, Sie haben wahrscheinlich eher einen Mitarbeiterrabatt beim Baumarkt. Also die finden Sie noch zu Hause. Ja, dann vielen Dank, Herr Essel, für das Gespräch und für Ihre Bereitschaft und gute Fortsetzung beim Einkaufen, Taktieren und Falschen auf der Messe. Liebe Zuseher und Zuseherinnen, das war die erste Folge von Kunst, Markt und Manieren. Morgen geht es weiter mit Ishin Anol, eine Kuratorin aus der Türkei. Die hat vier Jahre lang im 4L-Museum gearbeitet. Und da geht es um die Gepflogenheiten und die Entwicklung des Kuratierens. Für heute verabschieden wir uns sehr herzlich und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, grüß Sie, bis morgen. Vielen Dank.